Auch von den Anwohnern, gerne raus, Mund aufmachen, reden, denn das ist unser größtes Problem in Deutschland, was wir haben. Die Menschen reden nur unter vorgehaltener Hand und dieser Zustand muss sich ändern. Wir müssen die Dinge endlich auf den Tisch legen. Deutschland muss wieder lauter werden. Die Menschen müssen ihren Mund aufmachen und die katastrophalen Zustände in diesem Land ansprechen.